Also im Sport habe ich wirklich viel lernen dürfen, sehr viele harte Erfahrungen machen müssen, aber auf die würde ich im Nachhinein auch nicht verzichten. Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Olympia Vierter, Vize-Weltmeister bei den U23-Herren und Medaillengewinner bei der Europameisterschaft im Wildwasser-Kajak, Korporal Felix Oschmatz. Herzlich willkommen. Hallo. Ich habe jetzt einige Erfolge von dir schon aufgezählt. Der größte natürlich der Olympia Vierte, eingebettet in Nachwuchsmedaillen und auch schon allgemeine Medaillen. In Tokio deinen vierten Platz gemacht im Wildwasser-Kajak, haarscharf an der Medaille vorbei. Wie schaust du jetzt mit schon ein bisschen zeitlichem Abstand auf dieses Resultat zurück? Für mich war einfach die Zeit in Tokio, das war wirklich die coolste Zeit meiner sportlichen Laufbahn bis jetzt. Das ist ein olympisches Spiel. Das kann man so oft mal beschreiben versuchen, aber das wird niemand verstehen, was das ist, wenn man nicht selbst dort war. Das Ergebnis ist für mich nach wie vor eine super sportliche Leistung. Wer es quasi hautnah verfolgt hat, der weiß auch, mit was für einem riesigen Fehler mir diese Leistung gelungen ist. Deswegen kann ich, glaube ich, umso stolzer sein, dass ich mit so einem Fehler Vierter sein habe dürfen. Und das war einfach für mich ein ganz besserer Tag. Du nimmst es sehr sportlich, siehst es auch sehr sportlich. Ich habe selber schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich um 26 Hundertstel, das ist im Schwimmen ganz, ganz wenig, wo ich die Paralympics-Medeile in London verpasst habe, mir eigentlich nichts vorwerfen konnte, dass Rennen perfekt war. Und man hat ja dann trotzdem manchmal damit, wo man sich denkt, was wäre denn gewesen? Hattest du auch solche Momente, wenn der Fehler nicht passiert? Ja, ich glaube, das ist vielleicht der kleine Unterschied, dass ich halt doch wirklich einen gravierenden Fehler gemacht habe, wo ich halt gewusst habe, wenn man es vergleicht mit dem Semifinale, wie im Semifinale denselben Streckenabschnitt gefahren bin, dass ich gewusst habe, okay, es ist an mir gelegen, ich habe aber mein Bestes gegeben, dass Fehler passieren. Jeder ist nur ein Mensch und wenn man als fehlerbehafteter Mensch trotzdem Vierter sein darf, dann habe ich nie mit mir gehadert. Natürlich, man träumt genauso, wie man davor von einer Medaille träumt, als Ziel träumt man danach, nicht dieser Medaille nach, sondern vielleicht von einer zukünftigen, würde ich sagen, ja. Man hat eine Bestätigung, dass eine zukünftige auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen ist, wenn man so einen vierten Platz schafft. Definitiv, wenn man so einen vierten Platz schafft, dann weiß man, okay, wenn ich so weitermache, wenn ich einfach weiter darauf schaue, dass ich meine Ziele verfolge, dann ist in Zukunft sicher ein Platz besser drin. Du hast jetzt gesagt, der Traum war natürlich davor auch schon da. War das für dich so konkret, so greifbar, dass du in Tokio da wirklich das Potenzial hast, schon in Tokio am Podium zu stehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ja, ich war eben seit ich 15 bin, war ich wirklich bei jedem EM-Finale mit dabei. Ich habe im Jahr davor, also im Olympia-Jahr, war ich bei der EM-Fünfter und beim letzten Weltcup vor die Spiele war ich Zweiter. Also es war für mich ganz klar, dass das Finale mein Ziel ist, ob dann, und wenn dann die zehn Besten der Welt bei Olympischen Spielen gegeneinander antreten, dann muss man es realistisch sein und sagen, es kann alles passieren. Also da war für mich auf jeden Fall das Ziel, dass ich im Finale einfach mein Bestes gebe. Und da wollte ich mit dem vierten Platz genauso zufrieden sein wie am achten oder zweiten. Und ich glaube, das habe ich ganz gut nachher für mich umgesetzt. Also du hast das auch bewusst so vorgenommen, weil es wirkt so, als hättest du dir schon viele Gedanken, vor allem im mentalen Bereich, in die Richtung gemacht. Oder ist das einfach deine Typologie so? Ein bisschen von beiden. Ich glaube, es war für mich, weil es war für mich davor klar, dass einfach die Olympischen Spiele sind das Größte, was es gibt. Und das ist einfach eine einmalige Erfahrung, die nicht viele Menschen auf der Welt machen dürfen. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, wie wird es für mich laufen. Und ich wollte dann nicht, wenn ich es auch daheim fahre, aber eben mein Bestes gegeben habe. Und einfach, so wie du sagst, manchmal geht es mir Sport knapp her, das sind Hundertsel Entscheidungen. Und wenn es nachher auch der Platz ist, ich mir mein Bestes gegeben habe. Und dann halt sieben Sportler, wo ich war, die trainieren gleich viel wie ich. Und die haben es genauso verdient, besser sind als ich, dann wollte ich nicht enttäuscht und mit einem bitteren Gefühl von dieser einmaligen Erfahrung haben fahren. Deswegen habe ich mir das schon so gerichtet in meinen Kopf, dass ich sage, Top 10 ist, das ist mein Niveau. Und unter dieser Top 10, da braucht niemand sich schämen, wenn er nachher eben nicht unter die ersten drei ist. Das klingt auf jeden Fall schon sehr reif von dir. Damit bist du auf jeden Fall vorbereitet für zukünftige Erfolge, aber auch um Rückschläge zu meistern. Jetzt bleiben wir kurz bei deiner Sportart selbst. Wenn man so ein Olympia-Finale mal geschaut hat, weiß man ja, wie schnell es im Wildwasser-Kajak hergeht und wie schnell solche Fehler auch passieren, wo man gar nicht sagen kann, man war unkonzentriert oder es waren Flüchtigkeitsfehler, sondern das war halt einfach so. Da war plötzlich eine Strömung da, die man so nicht am Radar hatte. Erklär mal, was man so braucht in so einem Finale, um da wirklich auf den Punkt genau die Leistung zu bringen. Ja, so wie du sagst, es ist ein Sport auf einem dynamischen Element im Wasser, was nicht die ganze Zeit gleich ist. Man schaut sich die Strecke von außen etliche Male an, man trainiert sehr viel darauf. Also man versucht, diese Strömungen zu kennen und zu wissen, da kann manchmal was auftreten oder so. Aber in diesem Moment, das ist einfach so viel, auf was man achten muss, auf das man sich dann aber nicht zu sehr fokussieren sollte. Man hat ja trotzdem das alles sich intuitiv antrainiert. Und eben in einem Olympia-Finale, glaube ich, geht es ihm nachher einfach nur darum, auf seine Stärken zu vertrauen und einfach dem Sportler eigentlich quasi freien Lauf zu lassen, dass du einfach sagst, okay, koordinativ kann ich das alles, ich weiß, was ich machen muss. Und ja, jetzt ist einfach Go-Time und das ist Vollgas. Was würdest du sagen, sind denn diese Stärken, auf die du dich so verlassen kannst, wenn es darauf ankommt, bei dir? Ja, ich war der jüngste Starter im Finale und ich habe schon gewusst, dass ich definitiv einer der fittesten Starter bin. Und das hilft auf jeden Fall in so großen Drucksituationen, finde ich auf jeden Fall, dass wenn kleine Fehler passieren, wenn man die dann doch mit einer ein bisschen zusätzenden Fitness noch korrigieren kann, dass man dann nicht gleich aus dem Konzept ist oder gleich der Lauf dahin ist. Das war für mich auf jeden Fall eine große Absicherung, wo ich, glaube ich, mangelnde Erfahrungen im Vergleich zu anderen Starter Wettmachen habe können. Und ich glaube, ich bin ein sehr kontrollierter Fahrer. Ich habe jetzt nicht den spektakulärsten Fahrstil. Bei mir geht es eigentlich eher darum, durchgehend einen grundhohen Speed zu erhalten und möglichst rund zu fahren. Und dadurch, glaube ich, kann man auch konstanter auf einem hohen Niveau fahren und seine persönliche Leistung konstanter abrufen, als wenn man Top-of-Flop quasi das Ganze anlegt. Wie schaut euer Bewerb konkret aus für alle, die vielleicht vom Wildwasser-Kajak nur alle vier Jahre mal etwas mitbekommen? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also Wildwasser-Strecke ist zwischen 250 und 500 Meter lang. Das Rennen, was von Start bis Ziel stattfindet, dauert dann zwischen 80 und 100 Sekunden ungefähr für die Kajak-Herren. Auf dieser Strecke sind 22 bis 26 Tore verteilt, die entweder flussabwärts basiert werden müssen oder sechs bis acht von dieser Tore müssen eben auch stromaufwärts basiert werden. Diese stromaufwärts zu passierenden Tore hängen dann meistens natürlich eben wegen Kehrwässern, wo das Wasser, die Strömung quasi durch davorstehende Steine oder Objekte blockiert wird und dann geht es eben darum, das Wasser zu lesen, die schnellstmögliche Linie zu finden. Das ist im Endeffekt Skifahren nur auf einem flüssigen Schnee. Liegt dir, wenn das Rennen dann länger ist, wenn es kürzer ist, was liegt dir, wenn es eben nicht immer überall die gleiche Länge, die gleiche Dauer des Rennens ist, was liegt dir da mehr? Ich würde gar nicht sagen, dass bei mir Distanz den Unterschied macht, sondern für mich ist es eher gut, wenn der Kurs so gesteckt ist oder ausgehangen ist, dass er ein bisschen Rhythmus vorgibt und ein bisschen einen Wechsel, dass einzelne Passagen sind, die recht knackig sind, hart sind und dann halt ein kurzer Abschnitt, wo er zwischen Sprint ist oder etwas. So kann ich einfach generell meinen ganzen Lauf besser rhythmisieren und basen und das unterstützt, glaube ich, meine Stärke, wenn das so ist. Wenn du jetzt sagst, wenn der Kurs gesteckt ist, verstehe ich daraus, dass auf der gleichen Strecke im nächsten Jahr der Kurs anders sein kann, stimmt das? Genau, im Endeffekt gibt es unendlich Möglichkeiten, um dort einen Kurs zu hängen. Jede Abwärtskombination kann man ein bisschen schwerer, ein bisschen leichter machen, Seitenvergleich, dann hängt man mal im nächsten Jahr in dem Kerrwasser Gaka da, wo im Vorjahr aufwärts da war. Wir sind deswegen auch extrem viel unterwegs, weil man auf dieser Strecken einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten durchprobieren muss und trotzdem kommt es sehr, sehr selten vor, dass man ein Kurs, der im Rennen ist, schon mal annäherungsweise im Training trainiert hat. Wer steckt sowas? Wer sucht sich das aus für die Wettkämpfe? Die Teamleader der teilnehmenden Nationen bei solchen Rennen, bei internationalen Rennen, die haben davor ein Teamleaders-Meeting, wo quasi jemand ausgelost wird, der nachher den Kurs hängen darf mit Unterstützung der gastgewernten Nation. Und bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ist es so, dass der internationale Verband engagiert jemanden, der keinem Verband zugehörig sein darf und quasi den Kurs hängt und der nachher im Endeffekt die wichtigen Entscheidungen trifft, wo welche Tore sind, damit das möglichst fair abläuft. Damit man nicht einen Kurs hängt, der dir zum Beispiel super liegen würde, damit du dann den Vorteil hast. Wenn es nur alle vier Jahre Olympischer Spieler sind, dann sollte es nicht quasi über solche Sachen entschieden werden. Das heißt, da schaut man natürlich, dass es auch halbwegs fair ist, soweit es auch möglich ist. Jetzt habt ihr eine Trainingsstrecke, eine jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so, also relativ neue, sage ich jetzt einmal, in Wien. Wie wichtig war das für den Wildwasser-Kajaksport, dass man daheim gut und intensiv trainieren kann? Ja, also es ist schon sehr wichtig, das Trainingsniveau hat man dadurch einfach extrem steigern können, weil man hat sich erstens Reiseaufwand zu anderen Destinationen sparen können und gleichzeitig zu Hause noch höher qualitativ trainieren können und dadurch ist einfach alles besser geworden, die Regeneration besser geworden, man hat den Trainingsplan noch besser umsetzen können. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man so eine Strecke in seinem Land hat, wo man einfach immer wieder zurückkehren kann und auch wenn man zu Hause ist, einfach auf höchstem Niveau weiterarbeiten kann. Wie stark können Sie da variieren mit Schwierigkeitsgraden, mit den Dingen, die du jetzt erklärt hast, die wichtig sind bei euch? Genau, da kann man natürlich auch die Tore noch belieben verziehen und verhängen. Man kann sich das vorstellen, das ist quasi ein künstlicher Fluss, der nachgestellt ist, also ein Betonschneiser und durch die dann das Wasser runterrinnt. Und in dieser Betonschneiser kann man, am ebenigsten ist es so wie Lego, und man kann da diese Einbauten umstecken und dadurch kann man nachher auch den Kanal ändern. Das passiert jetzt nicht sehr oft, weil es halt wirklich schwierig ist, eine gut nutzbare Strecke herzustellen, aber im Endeffekt ist es schon ein nachhaltiges Konzept, um auch in Zukunft neue Herausforderungen dann alle paar Jahre wieder einmal einbauen zu können. Das wäre dann das spezifische Training, so würde ich es jetzt verstehen, dass du wirklich auf dem bewegten Element trainierst, aber kannst du deinen Sport auch anders simulieren? Kannst du am Land trocken genau das Kajak trainieren? Genau, natürlich nicht. Bei uns ist aber natürlich der Kraftfaktor auch sehr entscheidend. Da gibt es sehr viele verschiedene Philosophien, von Nation zu Nation unterschiedlich, wo man halt wirklich mehr auf funktionale Fitness setzen, man hört auf ganz klassisches Krafttraining. Das findet bei mir eben dreimal die Woche statt und das ist einfach ein wichtiger Faktor, damit man auch im Boot die nötige Fitness hat. Und es gibt ein Buddle-Ergometer, was eben sehr ähnlich zu einem Ruder-Ergometer oder Rad-Ergometer ist, wo es aber eben so wie bei diesen beiden anderen Geräten auch einfach das Gefühl ein anderes ist wie im Boot. Es ist ein extrem schlechter Tag im Winter, eine gute Ausweichmöglichkeit, aber man kann jetzt daneben zum Beispiel auch nichts schauen wie am Rad-Ergometer oder so, das heißt, es wird dann wirklich extrem langweilig und monoton. Deswegen bevorzugt man einmal bei Windstille auch Minusgrade und geht aufs Wasserpaddeln, als dass man sich aufs Buddle-Ergo setzt. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen damit angefreutet, weil es einfach eine recht gute Trainingssteuerung ist mit der Wart, die man genau angezeigt kriegt. Aber es ist mehr als eine Option, wird es nie bleiben, äh, nie werden. Da wollte ich vorher auch da hinkommen. Ich habe ja schon Bilder gesehen von euch, wo ihr da wirklich fast schon im Schnee und am Eis vorbei paddelt. Einfach nur, also so kalt hat es gewirkt, einfach nur damit ihr Wasser seid. Wie geht man mental damit um, dass einem kalt ist und man trotzdem am Wasser sein muss? Ja, ich kann mich erinnern, das kälteste Trainingslager, was wir gehabt haben, war einmal am 2. bis 8. Jänner oder so in Prag. Und da hat es halt wirklich an einem Tag Minus 15 Grad gehabt. Und in Moldau war gefahren und nur die Kajakstrecke, wo das Wasser halt wild genug war, um das Eis aufzubrechen, war halt ohne Eis. Da ist in der Früh, muss man sich schon extra motivieren, dass man sich raus ins Nasse wagt. Und ja, man sieht sich halt einfach, das ist, ja, wir haben spezielle Kleidung. Und am Körper, wenn man sich dann mal wirklich aufgehend ist und bewegt und nicht zu lange stehen bleibt dazwischen, ist es am Körper eigentlich wirklich okay, weil der sich so erhitzt, aber eben in die Füße, in die Beine, in die Finger und im Gesicht wird das halt einfach wirklich extrem kalt, egal ob man das Gesicht mit Vaseline einschmiert, Handschuhe anzieht oder Neoprensocken, also diese Körperstellen, die leiden dann schon. Also das stelle ich mir wahnsinnig hart vor. Aber natürlich, man braucht die Spezifik, man kann dann nicht in die Wintermonate, wochenlang nicht aufs Wasser gehen, nur weil es kalt ist. Also das ist wahrscheinlich ein Faktor, der dann auch entscheidend sein kann für Wettkämpfe, oder? Definitiv. Man kann eben, so wie du sagst, nicht nachher einfach wochenlang nicht aufs Wasser gehen und wenn man dann irgendwann mal sagen, dann fängt der, es hat minus zwei Grad, na, heute will ich nicht oder heute trainiere ich was anderes stattdessen, dann ist es irgendwann schwer, finde ich, da die Grenze zu ziehen. Deswegen ist eher die Sache, okay, ich gehe immer aufs Wasser, außer es geht jetzt wirklich gar nicht, weil halt voller Wind da noch ist und dann kannst du nicht gescheit baddeln oder irgendwas. Aber an und für sich soll es eigentlich schon immer im Kopf das Setting sein, heute gehe ich baddeln. Das heißt, man muss es schon wirklich wollen, du willst es natürlich. Jetzt ist der Unterschied zu anderen Kanu-Sportarten, dass die ja nicht unbedingt nass werden, wenn sie es nicht wollen. Also sie können sich über Wasser halten, das ist bei euch unmöglich eigentlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn du im Wildwasser trainierst, naja, wirst du nass. Das ist einfach so, da kannst du noch so vorsichtig versuchen zu fahren, dass, ja, erstens manche Kurse verlangen es einfach, dass man in gewisse Wellen oder Walzen eben so reinfährt, dass man wirklich komplett nass ist. Aber abgesehen davon, es passieren im Training manchmal Fehler und manchmal lehnt man sich irgendwo hin zu weit oder so und dann ist einmal der halbe Kopf im Wasser oder so und dann, ja, muss man kurz den Hirnfrost aussitzen und dann geht es weiter. Es ist das Spannende, weil du ja in dem Sinne zwei Elemente hast. Das bewegte Wasser, aber auch das Boot. Das ist natürlich ein Element. Wie kann man sich so ein Kajakboot vorstellen? Was ist der Unterschied zu anderen Kajak- und Kanu-Kategorien? Für nicht geübte Leute ist es einmal sehr eng, weil auch Leute, die viel in so Hobby-Plastikboote rumfahren, wenn die sich dann probieren, in ein Slano-Boot zu setzen, das ist einfach viel flacher und viel enger. Ja, es ist komplett aus Korbon. Es hat ein gewisses Mindestgewicht, 9 Kilo, eine Mindestlänge, eine Mindestbreite. Also es ist recht stark normiert. Nur die Form, die kann eben der Hersteller variieren und anpassen und das Volumen passt man nachher selbst an, also gibt man vor als Athlet, um es an seine Körpermasse anzupassen. Wenn man eben ein zu kleines Boot hat, dreht es zwar leicht, man liegt es aber extrem tief im Wasser und ist langsam beim Vorwärtsfahren und wenn es zu groß ist, dann ist es eben genau umgekehrt. Das muss jeder einfach sein Mittellink finden. Jeder hat seinen Sitz ein bisschen anders drinnen im Boot. Ich schneide meinen Sitz zum Beispiel hinten ein bisschen anders, mit dem Rücken weniger Probleme habe beim Zurücklehnen. Es ist so wie in jeder Sportart, wo Material inkludiert ist, es ist ein Tüftzeile, den ich nie aufhören werde. Das heißt, im Endeffekt bist du fast schon Materialtechniker auch noch, wenn du ein guter Wildwasser-Kajakfahrer sein möchtest, oder? Ja, in gewisser Art schon. Vor allem in unserer Sportart, wo halt davon nicht so viel Geld drinnen ist, da hat nicht jeder ein bis zwei Servicemänner mit, sondern da ist Österreich, haben wir halt gar niemanden mit, der eben für das zuständig ist. Und wenn irgendwas ist, dann kümmert man sich selbst drum, muss sich überlegen, wie das am besten ist und sammelt so über die Jahre Erfahrung, wie man am besten mit seinem Material umgeht. Kann man mit Material dann auch wirklich den Unterschied machen? Also, nehmen wir an, du bist der weltbeste Kajakfahrer, aber vergreifst dich im Olympia-Finale beim Boot oder schneidest den Sitz zu hoch an? Genau, in die Richtung. Ich würde sagen, man kann nicht mit Material gewinnen, aber man kann mit dem Material definitiv in die andere Richtung den Unterschied machen. Auf jeden Fall. Also, wenn du da nicht genau dein Boot hast oder einfach irgendwas falsch passiert oder du in ein falsches Wagnis eingehst, in dem du ein anderes Modell fährst und das zackt ja gar nicht so, dann kannst du auf jeden Fall damit dein ganzes Können und deine ganze Arbeit zunichtermachen. Das heißt, die Erfahrung, die Routine ist in dem Sinne auf jeden Fall wertvoll und es ist nicht so, dass einem die Jungen schneller mal um die Ohren fahren, weil eben genau diese Komponente fehlt, oder? Ja, bei uns ist es echt ein guter Mix in der Sportart, finde ich. Weil halt ein sehr großer körperlicher Anteil auch ist, muss man natürlich, sage ich jetzt einmal im Vergleich zum Akrobatik-Schwimmen oder zum Skispringen oder so, wo halt man extrem junge Leute manchmal auch wirklich weit vorne mit dabei sind, das funktioniert halt bei uns sehr schwer, weil halt einfach, es gibt Ausnahmen, aber das sind halt wirklich Ausnahmen, weil halt einfach die körperliche Komponente auch so entscheidend ist und man halt einfach wirklich mit 25 einfach körperlich, biologisch am besten leistungsfähig ist. Aber eben, man kann es eben wirklich sehr lange nachher noch rauszögern, bis in die Mitte von 35 oder so, weil man halt einfach die Erfahrung sammelt und die Strecken nachher schon so gut kennt und einfach sich selbst und das Material auch. Das klingt wie ein Sport für mich, wenn ich da jetzt dem Teil auf die 35 zugehe. Du hast das Training schon angesprochen, wie viele Stunden kann man ungefähr rechnen, am Wasser zu sein dann effektiv, also nicht nur mit Krafttraining, sondern wie lange ist man so am Wasser an einem durchschnittlichen Trainingstag? Okay, an einem durchschnittlichen Trainingstag, das sind dann, ja, es hängt natürlich davon ab, was an diesem Tag geplant ist, aber ich würde sagen, es sind inzwischen zwei, halb und drei Stunden, ja. Also es sind doch längere Strecken, die man dann am Wasser ist. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wir sind halt eine sehr schnellkräftige Sportart und da kannst du nachher nicht einfach zwei, drei Stunden Einheiten machen, wo du halt, ja, es funktioniert. Das hat dann halt nichts mehr mit der Sportart am Ende zu tun und deswegen sind unsere Einheiten meistens am Wildwasser eben zwischen ein und eineinhalb Stunden und eben am Flachwasser maximal zwei Stunden, aber das kommt auch sehr selten vor, weil irgendwann, man arbeitet einfach mit kleinere Muskelgruppen, als beim Radfahren oder so, und irgendwann ist es dann einfach nicht mehr so gut möglich, dass man so lang so badet. Beim Skifahren sieht man oftmals die Fahrerinnen und Fahrer, wie sie im Starthaus stehen und die Kurven durchgehen und wie sie den Schwung ansetzen müssen. Geht das, dass ihr euch eine Strecke mental merkt, nach dem Einfahren, nach dem Training, dass ihr wisst, da muss ich das machen und das machen? Also merkt man sich das wirklich, kann man das abspeichern? Auf jeden Fall, vor allem wir dürfen immer auf der Strecke, die im Rennen hängt, dürfen wir kein einziges Mal runterfahren und trainieren, die können wir eben nur vom Ufer aus anschauen und umso wichtiger ist es, dass man auch umso öfter visualisiert, wie man auch tatsächlich durch die Strecke fährt, weil dann ist es halt am Start wirklich so, als ob man zumindest schon ein halbes Mal durch die Strecke durchgefahren ist. Klar weiß man nie ganz genau was anerwarten wird, aber wenn man halt viel auf der Strecke trainiert hat und dann sich den Kurs gut anschaut, dann kann man diese zwei Informationen, wenn man das wirklich trainiert und übt, sehr gut kombinieren und da passiert dann ganz das Gleiche eben, dass man sich wirklich vorstellt, wie es ist, wenn man in diesem Tor ist, auf was man achten muss, wo man vielleicht drunter durchtauchen muss, wo man sich ein bisschen mehr Zeit lassen muss und das ist auf jeden Fall ganz, ganz entscheidend. Du musst ja in dem Moment ganz, ganz viele Dinge überblicken. Du musst dir das Wasser beobachten, wie kommen die Strömungen, du musst auf dein Paddel achten, du darfst dir die Tore nicht berühren, weder mit Paddel noch mit deinem Körper, also auf den Körper musst du auch noch achten. Ist das so, dass wenn man da ins Ziel kommt, wirklich komplett hin ist, sowohl körperlich als auch vom Kopf? Ja, ich glaube, man merkt im Kopf eben wirklich, dass es einfach absoluter Overload ist, weil blöder Vergleich, aber so beim Skifahren, da ist halt wirklich die Linie und eben die Körperhaltung und wie man zum Tor dazu fährt, aber wenn ich das Tor halt nachher richtig anfahre, dann in Endeffekt fahre ich es richtig und bei uns kommt, würde ich sagen, noch eben das dazu, dass ich die Tore eben möglichst eng fahren muss, aber gar nicht erst berühren darf oder Gefahr entsteht, weil wenn ich dann mal ausweichen muss, dann ist es natürlich ein gravierender Fehler, wenn man sich auf einmal in die falsche Richtung bewegen anfängt. Das ist etwas, wenn man eben, man muss auf so viel achten, aber wenn man auf einzelne Sachen so genau zu achten anfängt, dann kommt man irgendwann immer hinten nach und alles zerfällt und deswegen ist im Ziel natürlich extrem anstrengend, aber ich merke immer, dass im Kopf nachher ich dann mal die nächsten fünf bis zehn Minuten, ja, braucht man so wenig Spezifisches fragen. Wenn du so wie heuer dann auch schon angefangen hast, die Medaillen zu sammeln, Vize-Weltmeisterschaft bei der U23-Weltmeisterschaft, auch deine Medaillen bei der Europameisterschaft, deine zwei Bronzemedaillen, die du gemacht hast, das heißt, das Medaillensammeln geht jetzt offensichtlich richtig los. Hast du dir da auch konkrete Anzahl an Medaillen vorgenommen? Kann man sagen, ich möchte zehnmal bei der Europameisterschaft am Stocker stehen, fünfmal bei der Heldmeisterschaft oder nimmt man es mit, so wie es kommt und am besten dem all the merrier? Also für mich war es, ich habe jetzt kein spezifisches Ziel, aber für mich war, nachdem ich letztes Jahr zwei World Cup-Medaillen gemacht habe, weil die Spiele so knapp dran war, war für mich schon klar, also ich will in Zukunft weiterhin Medaillen machen und das war meine Motivation nachher. Wo genau es ist, das glaube ich, kann man sich schwierig so vornehmen, weil im Endeffekt will man jedes Rennen gut fahren, dass es mit dem Zyklus jetzt nicht jedes Rennen perfekt zusammenpasst und manchmal man besser vorbereitet ist und manchmal noch im Trainingsaufbau für das nächste große Ereignis. Das muss man so nehmen, wie es kommt, aber an keinem Tag ist es unmöglich, eine Medaille zu machen. Ja, je mehr es noch am Ende sein werden, umso besser natürlich. Und natürlich das große Ziel, die Olympia-Medaille. Deine Freundin, Daniela Ulbing, hat sich diesen Traum ja schon erfüllt, nämlich in Peking bei den Olympischen Spielen, bei den Winterspielen Silbermedaille im Snowboard gewonnen. Wie hast du das erlebt? Ich war gerade auf Trainingslager in Alain, das ist in der Nähe von Dubai. Dort ist eben eine Wildwasseranlage und wenn es bei uns Winter ist, ist dort zwar auch Winter, aber es hat eben zwischen 20 und 30 Grad perfekte Trainingsbedingungen für Sommersportart und durch die Zeitverschiebung, weil sie eben in Peking war und ich war quasi bis ich in die Richtung nachgeflogen bin von der Zeitzone, habe ich immer perfekt vor und zwischen den Trainings habe ich Olympia schauen können und natürlich immer ihre Bewerber und ihre richtig die Daumen gedruckt und war dann wirklich sehr, sehr glücklich und erleichtert, wie sie nachher eben vom Halbfinale, wo man nachher eben ins Finale weitergekommen ist und nachher eben sich zwischen Gold und Silber nur noch die Frage gestellt hat und ja, das war echt ein sehr schöner Moment für mich auch, wo wir nachher eben direkt gleich telefoniert haben und es war echt schön, das mitverfolgen zu können. Ist das nochmal eine zusätzliche Motivation für dich? Ich würde nicht sagen, dass sich meine Motivation dadurch geändert hat, aber es ist einfach, wenn man diese Emotionen einmal so miterleben darf, zwar nur als Außenstehender, aber doch so nahe, dann würde ich sagen, ist es eine Bestätigung in der Motivation auf jeden Fall. Ich bin mir sehr sicher, dass wir in Paris mit dir jubeln werden. Was wolltest du denn als Kind erreichen schaffen? Als Kind habe ich nie so speziell diese Sportvorstellungen oder irgend sowas gehabt. Ich habe eigentlich immer, ja, an dem, was ich gerade gemacht habe, Spaß gehabt, aber ich war jetzt nie bei irgendetwas so fanatisch und auch beim Kajakfahren am Anfang eigentlich gar nicht. Das habe ich mehr meinem Papa zuliebe gemacht, weil der halt manchmal im Sommer wieder baddeln gehen wollte, was er früher in der Studienzeit oft gemacht hat und ich war am Anfang recht ängstlich beim Baddeln, habe auch ein paar schlechte Erfahrungen gemacht, wo ich unter Wasser nicht mehr aus dem Boot rausgekommen bin und so und irgendwann hat dann aber der Papa halt gemeint, ob ich es mit anderen Kindern und Jugendlichen lustig finde und probieren will, dann habe ich das gemacht, dann hat es eh Spaß gemacht und dann bin ich zu meinem ersten Trainer eben gekommen und der hat mich gefragt, ob ich mich per Seine mittrainieren will, weil ich schaue ganz talentiert aus oder wir haben gefragt, ob ich mich mittrainieren kann und er hat gefragt, ja, kannst du mittrainieren, aber willst du Weltmeister werden? und ich war da halt zehn, elf Jahre alt und so an und für sich, wenn es kommt, dann nimmt man es so auf die Art, ja und so ist es dann losgegangen und am nächsten Tag nach der Schule hat er mich abgeholt und von da an, ja, ist es halt vollgas da hingegangen. Was bedeutet dir der Sport? Sehr, sehr viel. Also für den Sport habe ich wirklich viel lernen dürfen, sehr viel harte Erfahrungen noch machen müssen, aber auf die würde ich im Nachhinein auch nicht verzichten und extrem viel schöne Erfahrungen machen können. Es ist für mich, ja, etwas, wo man wirklich viel lernen und mitnehmen kann, wo man viele Leute kennenlernt, in beide Richtungen wieder, Gutes, so wie Leute, die weniger gut sind und das ist für mich einfach eine universelle Erfahrung, die man, ich glaube, selten woanders im Leben so früh, so auf so einer großen Ebene schon machen kann. Da lernt man sich natürlich auch selbst sehr gut kennen, was würdest du denn sagen, ist deine stärkste Eigenschaft? Ich glaube, meine stärkste Eigenschaft ist einfach meine Konsequenz, dass wenn ich etwas mir so vornehme oder so plane, dass ich es dann wirklich zu 100 Prozent verfolge und manchmal vielleicht sogar ein bisschen weniger hartnäckig dem nachsetzen sollte, aber ich glaube, das ist auch etwas, was mich dahin gebracht hat, wo ich bin. Ich habe gehört, du hast dich auch schon vorverleitet auf meine nächste Frage. Dein unnützes Talent, was würdest du das denn sagen? Vielleicht ist es so, dass Talente, die ich nicht oft einsetzen kann, dass ich die dann recht schnell auf die Seite stelle und dass ich sie irgendwann vergesse oder verlerne. Also auf die Schnelle fällt mir da jetzt nichts ein, aber es gibt sicher einiges, was recht unnütz ist, was ich kann. Aber dann nicht weiter darum gekümmert, das heißt jetzt nicht großartig ausgebaut, aber was wäre denn noch dein großer Traum jetzt neben der Olympia-Medaille? Neben der Olympia-Medaille? Ich glaube, im Sport merkt man dann auch irgendwann recht schnell, dass es sehr, wenn man so viel Zeit mit etwas verbringt, dass es sehr wichtig ist, dass es auch etwas ist, was einem gefällt. Und da sage ich gar nicht, dass es unbedingt der Sport für immer sein muss, der einem gefällt. Das kann sich ja bei jedem persönlich ändern, wann auch immer, bei manchen früher, bei manchen später. Und wenn es dann später oder früher einmal etwas anderes sein sollte, was man macht nach dem Sport, und das ist bei Rundsportarten meistens so, dass man dann auch noch etwas machen muss, dann sollte es vielleicht auch etwas sein, was einen ähnlich erfüllt wie den Sport, wo man ergeizend eine Ziele entwickelt. Und das ist etwas, was ich mir wirklich wünsche, dass ich später so etwas finde und nicht einfach nur die restliche Arbeitszeit Totschlag. Und was könnte es sein? Hast du schon eine Tendenz? Ich versuche nebenbei im Klamenrahmen mein Informatikstudium voranzuschreiten. Und mich würde auf jeden Fall etwas in so eine zukunftsweisende Richtung interessieren. In welche genaue Sparte von der Informatik oder es jetzt gehen soll, habe ich noch nicht entschieden. Also bin ich ja noch nicht weit genug. Aber ich würde auf jeden Fall etwas, wo man eben was zukunftsorientiert ist, wo es immer wieder neue Ziele geben wird und neue Challenges. Und das ist etwas, glaube ich, was ich in der Sparte recht gut abgedeckt habe. Das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt hast du aber noch ein paar viele Jahre Wildwasser vor dir. Herzlichen Dank, Felix. Alles Gute noch und viel Erfolg. Danke dir. Das war es von uns vom Sportrapport. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder da seid. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis dann und auf Wiedersehen.